Und damit herzlich willkommen zum neuen Video hier auf MarzipTV. Ich begrüße euch recht herzlich. Ja, vor zwei Tagen gab es ja das erste Video nach langer Zeit mal wieder. Ich hoffe, euch hat das gefallen soweit. Und ich hoffe natürlich auch, dass einige von euch, die noch nicht dabei waren, ein Abo gesetzt haben und jetzt mit am Start sind. Auf jeden Fall geht es heute um das Thema Connecting. Leute, ich möchte mit euch wieder in Kontakt treten. Ich möchte mit euch wieder eine Community aufbauen. Und da habe ich mir eine richtig coole Idee ausgedacht. Vor allem für die Leute, die sowieso im deutschen Raum was gesucht haben und nicht gefunden haben. Es geht nämlich um eine offizielle Avakin-Deutschland-Seite auf den sozialen Netzwerken. Vor allem bei mir Instagram. Facebook und so habe ich jetzt nicht so geil gefunden, da was aufzubauen. Ihr wisst ja, Facebook ist ja auch schon recht alt und wer ist da heutzutage noch drauf als Jugendlicher? Es sind ja auch nicht mehr so viele. Und ja, die neue Generation TikTok, Instagram ist da auf jeden Fall angesprochen mit. Ich habe auf Instagram eine Seite aufgebaut, die Avakin Official Germany heißt. Und da versuche ich in den nächsten Tagen auf jeden Fall die Posts von Avakin Live zu übersetzen und einfach hier dann neu hochzuladen. Natürlich soll nicht nur das Thema sein hier auf meinem Instagram-Kanal, sondern ich möchte natürlich auch eigene Inhalte noch bringen. Dafür gibt es auch noch einen zweiten Instagram-Link, den ich euch gleich noch zeigen kann. Und hier werde ich sicherlich auch noch mal was anderes bringen in Form von Gewinnspielen oder dass man mal vielleicht noch mal einen Discord oder so zusammen öffnet. Mal schauen. Also ich habe auf jeden Fall Lust mit euch in Kontakt zu treten, mit euch wieder was aufzubauen und eine coole Zeit zu haben. Und vor allem für die Leute, die jetzt sowieso einen deutschen YouTuber suchen in der Richtung. In Avakin Live bin ich der erste und richtige Ansprechpartner. Deswegen Avakin Official Germany. Könnt ihr gerne reinfolgen und ein paar Likes da lassen. Wir hatten ja vor einer Woche Pride-Event. Das habe ich alles hier übersetzen lassen und natürlich veröffentlicht. Und es wird jetzt in nächster Zeit noch mehr kommen. Das verspreche ich euch hoch und heilig. Mal gucken, was wir alles da erleben werden. Es gibt auf jeden Fall noch einen anderen Account. Habe ich den hier gerade schon drin? Ich glaube nicht. Wo habe ich den? Ich mache alles One-Take. Wie habe ich mich denn genannt? Marcel? Wartet mal. Das will ich jetzt herausfinden, ja. Wir gehen mal hier drauf. Ah ja, marzip.tv-youtube war das. Genau. Hier. Hier bin ich. Das ist mein Main-Account. Also hier poste ich immer Avakin-Zeugs oder auch mal andere Dinge. Aber meistens halt Avakin, weil Avakin ja mein Main-Game hier auf YouTube immer noch ist. Deswegen hier könnt ihr auch gerne reinfolgen. Marzip.tv-youtube. Ihr könnt mich da auch erreichen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder ihr wollt mit mir einfach zocken, könnt ihr mir gerne da eine Nachricht da lassen. Bin ich auf jeden Fall sehr offen für. Genau. Auch hier seht ihr ein paar Bilder von mir. Das habe ich vor zwei Wochen zum Beispiel hochgeladen. Alter, die Grafik ist ja echt scheiße am PC. Egal. Und hier kriegt ihr dann immer wieder auch ein paar Informationen. Könnt ihr gerne ein Abo dalassen. Würde mich freuen. Oder ein Follow. Also je nachdem, was ihr gerade habt. Egal ob YouTube, TikTok oder Instagram. TikTok bin ich noch nicht so weit. Da habe ich erst zwei Videos hochgeladen. Ich weiß nicht, ob ich das euch auch noch eben zeigen kann. Ist das mein Account? Ne. Ist das mein Account? Ja. Genau. Hier habe ich auch MarchipTV-Germany. Hier gibt es dann Informationen. Also hier geht es eher darum, dass ich Content zeige in Form von was gibt es jetzt Neues. Was könnt ihr erspielen und so. Und das poste ich dann hier. Zum Beispiel Earbuds. Das war vor ein paar Monaten der Fall. Wie kann ich Earbuds bekommen? Also Airpods. Und hier, wie kann ich dieses Abzeichen bekommen? Das Romantic Abzeichen. Ich weiß nicht, woher das kommt. Herzabzeichen. Ja. Genau. Das ist auf jeden Fall das, was ich euch anbieten kann. Und natürlich könnt ihr mir auch Freundesanfragen schicken. Ich schreibe es nochmal hier ins Öffi. Das ist mein Code. W3LZ9Z. Dass ihr da Bescheid wisst. Damit erreicht ihr mich hier in Avakin Live. Und alles weitere sehen wir dann. Dann können wir wieder geile Streams machen. Es kommen viele Videos. Und wir haben eine Menge Spaß. Und das ist die Hauptsache. Also bis zum nächsten Mal ihr Lieben. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder am Start seid. Ciao.